Ich habe irgendwann fern gesehen mit fünf, fand dann toll, was diese Cowboys und Indianer da treiben, habe gesagt, das mache ich auch später mal, ich brauche ein Pferd, ich brauche irgendwelche Waffen und dann hat mir ein Onkel erklärt, die gibt es gar nicht und ich habe gesagt, natürlich gibt es die Schau da rein, die sind da, das sind Schauspieler, dann mache ich halt das und seitdem wusste ich, was ich wäre.